Von hier erschließt er sich das nächtliche Paris, wird zum Stammgast in Cafés, Bars und Bordellen. Schon damals lässt er sich leiten von der Vision einer bedingungslosen Liebe, die jedoch jedes Mal im Desaster endet. Mit der exzentrischen reichen Erbin Nancy Cunard reist er durch die Welt, genießt als mittelloser Surrealist mit durchaus zwiespältigen Gefühlen den Luxus, den sie ihm bietet. Als sie ihn nach zwei Jahren verlässt, ist er am Boden zerstört und versucht sich das Leben zu nehmen, wird aber gerettet. Das ist im Jahr 1928. Das Rendezvous im Lacoupole wird so zum Beginn eines neuen Lebensentwurfs, den Louis wie Elsa, beide inzwischen Mitte 30, herbeigesehnt haben. Hinzu kommt, dass Aragon, seit kurzem auch Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs, aus der Ferne von der jungen Sowjetunion schwärmt. Dass dort, wie von der surrealistischen Avantgarde angestrebt, Politik und Kunst eine Einheit bilden, so jedenfalls seine Vorstellung, stimmt ihn regelrecht euphorisch. Dazu passt natürlich Triolets enge Verbindung nach Moskau. Elsa packt ihre Koffer und zieht aus ihrem einsamen Zimmer in Montparnasse zu Louis, der sich inzwischen mit André Breton ein Quartier in der Rue du Château teilt. In dieser Hochburg der Surrealisten kommen Leute und gehen, Türen schlagen zu, du sitzt wie auf einem Stecknadelkopf, hast nichts, was dir gehört, weder in der Hosentasche noch im Herzen. Wie soll man etwas für sich haben, wenn man in einer Art öffentlichem Durchgang wohnt? Für Zweisamkeit bleibt kein Raum. Nach einem Vierteljahr mietet das Paar ein Zimmer in der Rue Campagne Première. André Breton allerdings ist damit nicht einverstanden. Sieht in Triolet einen Eindringling, wirft Aragon vor, sich durch seine Lebensgestaltung zunehmend von den Prinzipien des Surrealismus zu entfernen. Auch Aragons Arbeit als Romancier unterzieht er der Kritik, seiner Ansicht nach eine überholte, bürgerliche Form des Schreibens. Triolet wiederum zweifelt daran, dass die Surrealisten mit ihrer Kunst die Massen erreichen würden. Zudem missfällt ihr deren Sicht auf Frauen als nicht ebenbürtige, wenngleich begehrte Objekte der Liebe. Denn trotz allem hält sie ihre Eigenständigkeit immer für ein hohes Gut. Trotz allem, dass es in der Regel um ein gegründetes Sprechensierschule ist. Trotz allem Schreibenskarte, die Schreibenskarte ist auf der Welt. Steigen immer wiederum die Stadlinge, schreibensweise zu einem gebraten.